Hello! Moin! Gamers Time. Es tut mir so leid, dass ich gestern dich so immer wieder verschoben habe, aber endlich ist es soweit. Ey, gar kein Problem. Eine schicksalshafte Begegnung. Ja! Was würdest du sagen, wenn du so viel Redstone hättest, dass du in dieser Staffel nie wieder Redstone irgendwie von wem brauchst? Das gibt's doch nicht. Das ist nicht möglich. Das ist paradox. Glaubst du? Dann sag mir mal, wie lange kommst du damit aus? Hahaha! Zwei Tage. Zwei Tage? Nein, Spaß. Aber schon recht lange. Oha. Okay. Okay, du willst mich ködern, hab ich das Gefühl. Nee, ich hab ja zu dir gesagt, dafür, dass du mir hilfst, kriegst du das ganze Redstone, was ich gefarmt kriege beim Diamond Farmen. Ist das so viel gewesen? Ich bin immer noch zwischendurch Diamanten am Farmen. Ich nimm das immer mit, alles für dich. Ja, aber wie viele Dias hast du bitte gefarmt dann? Ich hab für Bassi GHG, ich glaub 5,5 Stacks Diablöcke gefarmt. Und für mich hab ich jetzt selber auch nochmal 3 Diablöcke Stacks gefarmt. Hey, ich dachte, ich wär reich mit dem Raketenshop. Das ist ja gar nix. Ich bin ein armer Milchbauer im Vergleich dazu. Ich hab mich so gefreut, dass wir bald schon einen Stacks Diablöcke zusammen haben, den wir erwirtschaftet haben. Dachte so, boah, ich bin jetzt der reichste hier auf dem ganzen Server. Ja. Der reichste ist Bassi GHG jetzt inzwischen. Offensichtlich. Ei, ei, ei. Okay, ja, aber das ist, das ist, ähm, das, 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 darf ich haben? Ja, die kannst du ruhig mitnehmen. Okay, ist das geil. Äh, Gamers Time, das ist mir ne riesen Irre. Ja, dann lass uns, äh, weiß ich was, ja, gibt's das schon, kann man was sehen, planungstechnisch wegen deines Lagers? Ähm, also ich hab den Raum angefangen auszuheben. Der ist auch schon sehr, 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 sehr weit. Ähm, wir können ja gerne, wenn du willst, mal hin. Ja, unbedingt. Lass mal, lass mal fliegen gehen. Ja, da müssen wir nur ein bisschen fliegen. Äh, warte noch, äh, ja, 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 das sollte passen. Ich hab noch genug Raketen, dann geh mal. Okay, ja, dann let's go. Ich kann dir zur Not auch welche geben. Äh, ähm, ich bin eine Raketen. Ich hol mir sonst welche einfach. Hm. Ach, hier kommt man gar nicht rein. Ne, oben, oben, genau. Das Portal steht jetzt immer oben. Nellagier, Nellagier. Lass mal Gruppe machen, das ist, glaub ich, leichter. Ja. Du weißt ja von mir, dass ich ein riesen Zelda-Fan bin, ne? Ja, ich auch übrigens. Kennst du auch bestimmt das Lied, äh, Song of Storms. Ja, natürlich. Ist es möglich, dass wir beim Lager machen können, während das einsortiert, dass das Lied gespielt wird? Genau das. Ja, ja, das können wir machen. Das geht, das krieg ich umgesetzt. Geil. Ja, das find ich sogar richtig cool. Da kann man eine richtig schöne Minecraft-Version von machen, so. Das ist auch nicht so, also so mies von der Umsetzbarkeit. Es gibt so manche Songs, die lassen sich echt schwierig umsetzen. Mhm. Wenn so ein Trimax kommt und möchte so irgendwie ein Unity von Fat Red umgesetzt haben, dann ist das nicht so einfach. Aber, äh, Zelda-Sounds lassen sich sehr gut in Minecraft reproduzieren. Guck mal. Ja, was haben Gamers, Time und die Piraten gemeinsam? Sie wohnen am Arsch der Welt. Wir sind weit weg. Ich musste weit weg gehen. Ja. Trimax hat unser Grundstück so verschändelt, ich konnt's nicht mehr sehen. Jetzt bin ich das erste Mal hier. Wo bist du denn? Ach, du große Neune. Ja, du kannst auch mal, wenn du willst, mal einmal hier rausfliegen. Dann guckst du mal, wie ich hier alles am machen bin. Warte mal, warte mal. Aber du bist ja wirklich weit weg. Also nicht so ein bisschen, sondern so richtig, richtig, richtig weit weg. Ja, ich hab mir auch einen Spot gesucht, der perfekt auf das, was ich vorhabe zu bauen, abgestimmt ist. Sag mal, willst du einen Katzen-Teleporter haben, der dich hier immer hinbringt? Das, da hab ich vorhin schon mit meinem Chat drüber geredet. Die meinten, ich soll dich fragen, ob du mir sowas bauen würdest. Ich kann dir sowas bauen, allerdings nur in der Single-Use-Variante. Das heißt quasi, ähm, sobald der Server neu startet, musst du einmal diesen Bereich hier betreten haben, dass er wieder funktioniert. Weil dafür brauchen wir jetzt einen Chunkloader, müssen wir bauen. Und du weißt, die Chunkloader stoppen ihren Betrieb, sobald das Server neu startet, okay? Okay, ja, das wär kein Problem. Aber dann baue ich dir, das kann ich dir gleich mal hinbauen, der ist nicht so aufwendig. Und dann kannst du dich einfach immer durchs Ausloggen und Einloggen instant hierhin teleportieren. Okay, ähm, also hier, wenn du willst, kannst du mal kurz einmal so rausfliegen, fliegst man runter, dann siehst du das mal, was ich hier alles mach. Ich baue nämlich nicht nur das Gebäude. Boah, du machst ein ganzes Terraforming auch direkt. Oha, das ist interessant gemacht mit dem Muss. Ja, das ist auch noch nicht 100% fertig. Okay, ja, es ist lecker. Schöner Tempel vor allem. Ja, gefällt mir. Ach, coole Idee. So, und der Keller, dann komm mal kurz mit hier. Also hier unten stehen ein paar Schalker Chests, das sind noch nicht alle. Moment, Moment, wo, ach so, oha. Hä? Ich musste für meinen Thumbnail-Velcher aufstellen, weil ich von Basti Gia Gedi 1000 gekauft habe. Ja, okay, krass. Wie farben Gia Gedi denn? Hat der denn eine Farben dafür oder macht er die Parmen? Ja, der hat eine Farben dafür. Der meinte, wenn ich nochmal 1000 will, soll ich ihm Bescheid geben. So, und hier unten habe ich angefangen, den Keller für das Lager und so auszuheben. Ja, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Aha. Gefällt mir. Gefällt mir gut. Reicht der so ungefähr von der Größe oder würdest du sagen, wir brauchen da noch mehr Platz? Ich weiß ja nicht, wie du genau am Ende das Lager von der Symmetrie und so aufbauen möchtest. Grundsätzlich passt es schon mal ganz gut von der Größe her. Ja, also meine Idee war, ich würde da, wo du jetzt bist, mir später so einen Wasseraufzug machen. Ja. Je nachdem habe ich gedacht, es wäre vielleicht eine coole Idee, entweder geradeaus, wobei das ziemlich weit weg wäre, dann eher hier rechts an der Seite hier vielleicht diese Uhr hinzubauen. Mhm. Also diesen Zähler mit den Items, weil hier hättest du ja so einen länglichen Bereich und du hättest hier nach vorne hin Platz, weil da wird ja hinter, denke ich mal, auch eine gewisse Redstone-Technik stecken. Ja. Das ist auf jeden Fall, ich kann es mir noch nicht so genau vorstellen, wie das Lager am Ende aufgebaut ist. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß noch nicht, wie, kannst du mal sagen, also gibt es einen Eingang, mehrere Eingänge, versuch es mal ein bisschen zu beschreiben. Kevin? Hallo? Hallo? Hi, ich höre dich jetzt, ja. So, ich habe gesagt, ich würde also einen Wasseraufzug machen, hier, wo die Treppe quasi ist, hoch und runter. Ach so, dann hier, wo jetzt diese Treppe runter geht, da ist ein Aufzug, dann später runter. Nee, 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 hier, also hier, wo diese Steintreppe ist. Da, wo du jetzt gerade bist, da wird nochmal ein Zwischenraum sein hier. Ach so, okay, verstehe ich. Hier kommt nochmal ein kleiner Zwischenraum unten rein. So, und hier werde ich dann so einen Wasseraufzug bauen, über den man runter geht. Quasi. Der fährt dann hier gerade runter. Mhm. So, und dann kommt man quasi hier raus. Und jetzt war meine Idee, wie gesagt, dass wir vielleicht hier auf die Seite den Zähler bauen, weil hier hättest du ordentlich Platz auf jeden Fall, auch nach vorne, weil dahinter kommt ja dann Redstone-Technik, denke ich mal, ordentlich. Genau. Wenn ich das von der Minimap nämlich betrachte, hier hinter ist ein bisschen Platz, aber je mehr Platz wir dahinter haben, desto besser ist es. Und den Zähler kann man auch so in die Wand lassen. Ja, genau. Also meine Idee war, dass der Zähler quasi ungefähr hier so steht. So. Weißt du? Oder direkt, dass der wie abschließend wie die Wand ist. Also man kommt dann hier quasi raus am Aufzug und hat dann hier direkt die Tafel rechts von sich, wo man sehen kann, wie viele Items ich schon eingelagert habe. Und hier gegenüber würde ich dann quasi die Reihen bauen, wo ich die Sachen einsortieren lassen kann. Ja, das passt. Ungefähr 15 Blöcke hoch ist auf jeden Fall die Technik für den Zähler. Das passt auf jeden Fall auf meine Höhe. Das Display ist aber recht groß. Und die Frage ist, je näher du dran bist, desto schlechter ist es lesbar. Deshalb war nämlich der Plan der Überlegung, ob man das Display ein bisschen weiter weg macht. Man könnte das Display auch irgendwie an diese Wand hier bauen. Und dann hat man so einen Blick darauf, wenn man ausmacht. Da kommt rechts und links rein und man sieht dann im Hintergrund das Ganze. Und dann kommt ja noch das Lager an sich. Also das sind Schalker Boxen einlagern. Müssen wir mal gucken, wie viele unterschiedliche Items wir hier hinkriegen. Also meine Idee war quasi, dass ich hier so Reihen baue. Ah, ach so. Hier so eine Reihe, dann geht es eine Reihe weiter und die Reihen mache ich mir so nach Kategorien, je nachdem. Ja, verstehe. Ich habe eine Itemfilteranlage da oben. Ja, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe. Und genau die Besonderheit bei deinem Lager ist, dass die Schalker Boxen schon befüllt sind und sich nicht in Echtzeit befüllen, sondern dass die schon befüllt sind. Das macht die ganze Angelegenheit auch so spicy. Aber ja gut, nee, da wird schon eine Lösung finden. Das Schöne bei Redstone ist ja, man kann es ja immer so bauen, wie man möchte. Wir bauen ja hier nicht nach dem Tutorial, sondern wir bauen es ja quasi frei Schnauze und das heißt, so können wir natürlich ja dann das in den Platz hier reinfinden. Ich denke, das ist machbar. Also Display würde ich dir nochmal empfehlen, maybe woanders zu tun, dass man einfach, oder wenn das hier ist, dass du einfach einen größeren Raum hier hast, dass man sich das besser auch beteiligt. Wir können auch das Display zum Beispiel hier hinten hinbauen. Wenn du jetzt sagst, hier der Bereich ist zu klein, dann kann man ja hier diesen zweiten Bereich nehmen, der ist ja sehr breit, ne, hier. Ja, bedenke, dass ein Digit des Displays, also eine Zahl von der Menge, du musst dir überlegen, wie viel du auch zählen möchtest, im Idealfall so groß ist. Also ich glaube, dass ich über Millionen Items nicht kommen würde. Ja, das heißt, damit kannst du bis neun zählen. Ja, ja, ich glaube, dann bräuchten wir hier diese Breite. Das heißt, genau, deshalb wollte ich dir sagen, das ist schon sinnvoll, auf der Wand das zu machen. Sechs Zahlen würde ich nehmen, dann kannst du bis eine Million zählen. Also sechs Zahlen geht bis 999.999. Kannst auch, ja, wenn du nur fünf Zahlen hast, kannst du nur bis 99.000 zählen. Schau bei uns im Raketen Shop haben wir. Nee, nee, also ich würde sechs, ich würde sechs Zahlen nehmen. Die Frage ist, reicht der Bereich hier für sechs Zahlen, Dicke? Nein, nein, nein. Okay, dann müssen wir den zweiten quasi hier mit einbauen. Aber reicht der denn von der Breite hier für die Redstone-Technik? Ja, die ist ja sehr, sehr kleine Redstone-Technik, tatsächlich. Die ist schmal. Das würde reichen, also quasi von, wenn das Display auf dieser Position ist, würde mir das ja an Technikspielraum reichen. Bei so einem Display muss man nämlich später so eine kleine Grafikkarte bauen, aber die baut ich woanders. Die brauche ich irgendwo im Boden, verstecke ich die. Ah, okay, alles klar. Ja gut, dann werde ich das noch hier ein bisschen erweitern, hebe hier noch den Rest aus und dann können wir da jederzeit loslegen. Ich kann dir mal kurz zeigen, wie groß das Display ist, damit du mal das abschätzen kannst. Ja. Lass uns mal zu uns fliegen. Willst du denn jetzt hier so einen Katzenport haben? Ja, oder? Also, ist das was? Können wir gerne machen. Ja, ich müsste nur eine Katze dann organisieren noch, ne? Ja, man braucht auf jeden Fall eine Katze. Wenn du Mock hast, dann würde ich sagen, organisier dir deine Katze, sobald du eine hast. Weißt du, wie man ein Chunkloader baut? Oder kennst du dich damit aus? Nee, aber da kann ich mir bestimmt im Internet ein Tutorial raussuchen. Sonst mache ich dir das. Ja, ich würde dir auch empfehlen, das maybe zu Chunkloadern läuft dein Lager auch automatisch weiter, wenn gerade keiner da ist. Wenn du Chunkloadest, solltest du maybe den mittleren Punkt deiner Base Chunkloaden. Also, der Chunk, in dem wir uns jetzt gerade befinden, da muss der Chunkloader rein. Ist das sinnvoll? Weil Chunkloader hat immer eine Fläche von 3x3 Chunks um sich herum. Okay. Na gut, dann sollte ich den vielleicht auch in den Keller bauen. Ja, wo du den baust, ist wurscht. Die Höhe ist komplett irrelevant. Okay, dann Portal und lass mal weiterfliegen. Also kurz Nether. Ja, hier. Der. Hier ist alles noch so neu. Ich muss mich komplett orientieren bei dir. Okay. Wir müssen ein kleines Stück fliegen. Richtig. So, halte ich ein bisschen rechts mehr. Wir müssen uns einfach mir schnell folgen. Ja, es geht. Über Nether geht es tatsächlich. Aber das ist doch schon eine recht krass weite Strecke. Deshalb ist es schon sinnvoll, so einen Porter zu haben für dich. Da kommst du halt schneller zurück, ne? Ja. Ja gut, ich sag mal so, mit den Raketen jetzt hier und der Elytra geht es eigentlich, finde ich. Aber der ist trotzdem natürlich von Vorteil, auch wenn ich mal irgendwie meine Mining-Tour mache. Wie du magst. Also wenn du jetzt, wenn du sagst, ich brauche jetzt nicht unbedingt, das ist ja nicht so schlimm. Bei einem Angebot kann ich dir hier hinzimmern. Das ist jetzt nicht so unfassbar sperr, in der Grundmechanik zu bauen. Das Schwierige ist halt das Chunkloading und so. Dass halt immer die Chunks geladen sind, dass der Port auch immer funktioniert. Wo müssen wir wieder hin, in die Stadt oder zu euch? Zu uns. Achso, ich bin jetzt schon ein bisschen vorgeflogen. 790 minus 400. Ah, siehst du mich? Was weiter rechts? Warte, hier? Ja, da. Ist das hier mit den Bambus? Alles ja, ne? Ja, 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 genau. Ach krass, euer Gebiet habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ja, hier tut sich prächtig was. This way. Nur einmal fliegen. Hier ist es mir noch, perfekt. Hier. So, und hier einmal rein. So, da hast du mal einen Eindruck, wie groß so ein Zähler ist in Minecraft. Das hier ist ein Stunden, Minuten, sonstiges Zähler. Ich habe ihn mal angeschaltet. Dann liest du jetzt auch gleich, wie groß der ist. Also, das ist dann die Größe des Zählers. Ah, okay. Der hat jetzt sieben Stellen hier, weil das ist, der zählt Tage, Stunden und Minuten. Das ist ein quasi Zeitzähler, ist das. Aber dann kannst du dir mal ungefähr vorstellen, wie riesig das ist. Ja. So. Ja, okay, nee, das kriege ich aber hin. Das sollte kein Problem sein. Genau, die schöne Sache bei diesem Zähler ist, die Technik dahinter ist relativ klein. Ich habe den jetzt mit Kolben gebaut, den kann man auch mit Lampen bauen. Das ist ungefähr, das ist so die Größe. Kann man sogar vielleicht noch einen Block kleiner machen. Ah, das sind auch noch alles Sachen, die ich dir besorgen muss, ne? Slime, Blöcke, also Kolben und so. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, kein Problem. Und das Besondere ist halt, guck mal, der Zähler kriegt über dieses Kabel hier die Information, welche Zahl er anzeigen soll. Und das Schöne ist, du brauchst dann die Zähltechnik. Und das ist dann diese Technik hier. Das ist die ganze... Ich sehe schon, Joe, das ist nicht sehr komplex. Nö, das ist relativ einfach noch. Das hier ist eine Grafikkarte in Minecraft, die kodiert das, was da angezeigt wird. Ich wollte nur sagen, diesen Teil, den kann man woanders bauen. Den würde ich dann später unter deinem Lager bauen. Gar kein Problem. Ja, aber du siehst, der Zähler muss an sich nicht so dick sein hinten drin. Also die eigentliche Zähltechnik findet hier unten statt. Da, wo du jetzt gerade bist, da wird eigentlich wirklich gezählt. Er muss ja irgendwie auch merken, wo gezählt wird. Und das hier ist nur eine Anzeige, also nur ein Display, mehr nicht. Das muss man wissen. Das zeigt nur was an. Ja. Oh, was ist das denn hier? Das ist eine Sanduhr. Die zählt die Zeit. Junge, was baut ihr denn hier alles? Das ist unser Tempel der Zeit. Hier wird unsere Spielerzeit getrackt. Also quasi die Zeit, die alle Spieler von uns gerade in Craft-Attack spielen. Ah, das ist ja krass. Sieht ganz nett aus, ne? Ja. Okay. Aber ich kann es dir mal zeigen, wenn es komplett fertig ist. Also, ja klar. Dann hast du jetzt auf jeden Fall mal ein Gefühl oder ein Gespür dafür, wie groß der ganze Spaß wird. Und, ähm, ja, danke für das Redstone auf jeden Fall. Das kann ich auch sehr, sehr, sehr gebrauchen, allein schon heute. Ja, kein Problem. Wie gesagt, wenn ich da noch mehr habe, dann, ähm, kann ich dir das auch noch geben, jederzeit, wenn du von Bedarf hast. Wir müssen noch ein bisschen was für dich noch reservieren hier, ne? Also, damit dein Lager gebaut werden kann. Ja, wie gesagt halt, also ich werde ja eh noch mehr holen. Ich hoffe, hier bin ich richtig. Genau, hier unten, richtig, hier unten ist ja links. Ich würde dich hier an dieser Stelle entlassen, weil ich dann jetzt hier weiterbauen werde. Und wir hören uns dann. Und sobald du ready bist, können wir eigentlich schon beginnen dann mit deinem Lager. Okay? Ja, ich würde sagen, den Teleporter bauen wir dann, wenn wir das Lager machen. Ich besorge bis dahin auch eine Katze direkt. Hol dir eine Katze, du wirst es danken, glaub mir. Das ist schon ziemlich praktisch. Auch wenn mal irgendjemand dich verfolgt oder so, kannst du einfach einen Combat-Log machen, ausloggen, einloggen, schnell bist du weg. Okay, alles klar. Ja, perfekt. Kevin, alles Gute dir, wir hören uns und bis bald, ne? Jo, bis dann. Tschaui. Ja, starke Sache, Leute, oder? So nice, ey. So viel Redstone. Ja, dann haben wir erst mal ein bisschen was für die nächsten Tage.